Sondern es geht mir darum, eine Musterplatte zu machen und anderen in Zukunft dies zu zeigen. Das Interesse, das Bewusstsein für ökologisches Bauen wird immer größer und ich bin immer schon ein Fan davon gewesen. Und deshalb werde ich mir jetzt da eine Musterplatte richten. Was brauche ich dazu? Ich werde also eine Schüssel nehmen, wie beim Kochen. Wasser, das ist bitte ein Naturprodukt, das können wir noch mal waschen und gut gehen. Dann habe ich eine Spachtel und irgendwas zum Umruhen und werde mir das jetzt anmischen. Zuerst Wasser, denn das macht wir all. Vielen Dank.